Wir sind heute zurück bei Secret Neighbor Und wenn du dich unten kostet, abonnierst, dann bist du der Nachbar Das willst du, ich lenke mir das, Stiley, denke ich mir das aus? Stiley, denke ich mir das aus? Das fängt er sich nicht aus, dann bist du der Nachbar Ja, dann bin ich der Nachbar Und nicht mal der Nachbar möchte dein Nachbar sein Ey, ich bin immer der Nachbar, irgendwie kann das sein? Alter, ich kann drei Gangstelle tragen hier Wow, wir sind auf jeden Fall in der Hello Neighbor ersten Dingster Hey, Danny, komm mal her Ja, ich komm mal, warte Hier ist ein roter Schlüssel, aber ich kann den irgendwie nicht nehmen Benutzt ihn doch einfach, ah, warte, ich hole ihn Ich hab einen blauen in der Hand, aber den roten kann ich nicht nehmen Ich kann den, hä, wieso nicht? Warte mal, vielleicht kann ich irgendwie gegenwerfen oder so Ne, geht nicht Was denn? Mir hat gerade was Schaden zugefügt Wie, hä, wer hat dir Schaden zugefügt? Woher hast du denn das Zahnrad? Okay, warte mal Okay Ich weiß, ich hätte warten sollen, aber weißt du, mir war das aber egal So, ich hab einfach drauf geschissen Das ist so uncool, das ist so uncool Das Ding ist, wir waren eh noch vier Leute hier, deswegen Ich werd mal kurz die anderen auffangen Das war so uncool Ja, ja, ich hab den einen hier, danke Okay, nicht schlecht Alter, wie niemand im Team zusammenspielt Ne, ne, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal So, ich töte euch alle einfach, weißt du, ich töte euch alle Oh Gott, der letzte sieht aus, als wäre er ein guter Spieler Echt jetzt? Oh, nicht schon wieder so einer, ey Der ist voll geskinnt Beim letzten Mal hat er mich das so angepischt, aber Boah, das ist crazy, das Man muss sich mal die Map anschauen, das ist wortwörtlich die erste Hello Neighbor Map, die es je gab In einem Hello Neighbor Spiel Ist das die erste? Das ist die erste, ja Da guckt mich gerade um, aber so bekannt kommt mir jetzt nicht vor Was? Du hast es doch gespielt Ja, aber ich dachte, es gibt draußen einen Garten und so weiter Ach so, oh, ja Ähm, ja Okay, natürlich mal Ja, gut, also Das war nicht wirklich schwer, Richard, zu fangen Also, ja Ja, ich hab's mir auch schwerer vorgestellt, Mann Kannst du's beim nächsten Mal ein bisschen besser spielen? Mann, kann doch nicht sein, dass du jedes Mal der Nachbar bist Das nervt doch einfach Ist das irgendwie so ein zurückgebliebenen Bonus für dich? Ja, nächste Runde Bist du dieses Mal der Nachbar oder bist du er nicht? Das beantworte ich dir nur, das Licht Okay, hier, der Garten, schau ihn dir mal an Hier siehst du ihn doch Oh mein Gott, hier ist der Sturmkasten Das ist auch nicht der Garten, wo die Straße auf der anderen Seite ist Ach so Weißt du, was ich meine? Ah, ja, 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 stimmt Aber das ist ja so Oh Aber es ist schon Ja, ist vielleicht noch nicht ganz fertig Das kann sein Nein, es hat nichts damit zu tun Einfach kein Herz Kein Herz, so nennst du das Kein Herz Okay, ähm Also bist du der Nachbar oder nicht? Ich komm nicht mehr in deine Nähe Vergess es mal Ah ja, okay, du bist also der Nachbar Okay, schön Gut zu wissen Okay, einen Schlüssel hab ich schon mal Perfekt So, falls du mich jetzt holen willst Würde ich das jetzt tun Weil, äh Ich Ja, du bist der Nachbar, Alter Nee Hallo, lass mich in Ruhe Si, Senor Lass mich Nee, nee, du bist sowas von der Nachbar, Alter Das geht echt so weit Si, Senor Das geht so weit Du bist sowas von der Nachbar Sehr crazy Ich sag doch nichts anderes Ich sag doch gar nichts anderes Ich weiß Habe ich einmal was anderes gesagt? Okay, ich öffne schon mal ein Schloss So, sehr schön Ah Okay, du bist der Nachbar Ja, bye, bye Nein, ich klebe, ich klebe Ich lauf weg Ich lauf weg Bye Bye, du Lappen Ja, ich hab einen anderen geschnappt Oh nein Schön, dass du versuchst, wenigstens deine Freunde zu retten Oh mein Gott Okay, das nervt gerade Schön, dass du versuchst, deine Freunde zu retten Ich hab zwei andere geschnappt Was? Oh nein, bitte nicht Okay, das hab ich niemals Hä, so viel Oh, warte hier Hä, wo sind die ganzen Schlüssel? Hä, was machen die Spieler? Die laufen einfach doof rum Ich hab Angst Ich versteck mich hier in der Ecke Oh Gott Alles ist gut Ich versteck mich hier Oder hier Wie gibt's denn noch? Gibt's noch einen? Ich versteck mich hier, das ist gut Ich bin der Letzte Wirklich? Ja Alter, du hast den Schlüssel auf dem Weg raus verloren Was? Ich hab... Oh, warte, die Krier zeigt mir an, wo es ist Sehr schön Das gefällt mir Alter, hör doch auf Äh, aber das Ding ist Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme Ich hab so Schiss, ne? Ich weiß, dass du hier bist Du brauchst doch gar nicht da hinzukommen Oh mein Gott, das geht nicht mehr kaputt Okay Alles ist gut Ich hab... Ne, warte, ich will zur Krier kommen Aber ich weiß nicht wie Kann ich hier eigentlich den Strom anmachen? Ne, das geht auch nicht Den Strom anmachen? Oh, warte mal Hier kann ich... Oh, oh mein Gott Ich kann hier hochklettern Alter Alter, da kommst du nicht hin Da kommst du nicht hin Yeah Hier ist klar, du musst aber zur Tür, ne? Oh mein Gott, das ist echt wie die Map Oh, wow, Alter Oh, okay, okay, okay Oh, hier ist ein Schlüssel Sehr gut Sehr gut Okay, ich hab einen Schlüssel bekommen Ich hab schon zwei Schlüssel weggeworfen Wie, du hast... Bist du... Wie, du hast zwei Schlüssel weggeworfen? Ja, klar Denkst du, ich schließe die Tür auf? Ja, aber wo hast du den hingeworfen? Schlüssel, die muss ja irgendwo sein Hab ich einfach weggeworfen, ganz weit Ach so, ja, okay Dann find ich sie aber bestimmt Oh, da bist du ja Du bist unter... Ich bin über dir Komm mal zur Tür Komm mal zur Tür Komm mal zur Tür Da ist der Riss Hi Hallo Na, was geht? Au, oh, das tut aber weh Hä, wenn du stinkst Kann ich doch nicht hören Oh, das tut aber weh Hier, nenn das Warsuch mich mal jetzt zu sehen Sehr gut betroffen, Danny Sehr gut Okay Kannst du mir noch ein paar Kisten runterwerfen? Ne, da... Ja, ja, okay, warte Ich mach dir ein paar Kisten runter Bitte sehr Komm schon Okay, okay Das ist witzig Warte, ich werfe dir noch ein paar mehr runter Hier, bitte sehr Hier Oh, warte Komm, gib mal ein paar Kisten los Hier, mach ich ja Hier, noch eine Bitte sehr Und schaffst du es so zu kommen? Aber ey, siehst du, dass ich eine Hand habe? Was hast du denn in der Hand? Guck mal, ich werfe sie hin Oh Okay, nicht schlecht Ich geh mal weiter versuchen, ne? Ich werfe sie mal kurz raus, ne? Ey, die ganze Zeit vor der Tür zu campen ist so lame, ne? Jetzt ohne Scheiß Ich kämpfe noch gar nicht vor der Tür Du hast mich da hingerufen Du campst so hardcore vor der Tür Du hast mich da hingerufen eben gerade Du hast gesagt, guck da Danke, ich hab die Tür geöffnet Das hab ich gehört bis hierhin Ja, ich weiß doch Aber ist doch alles gut Ist das gut? Okay, ich versteck mich hier Ich glaub, wir sollen das immer nicht wenden Alter, ich hab zwei Schlüssel Ist das langweilig? Bist du so ein schlechter Schlüsselsucher? Ja, ja Okay, ganz ehrlich Ich hab eh keine Chance Ich brauch Partner, um das zu gewinnen Okay, tote mich, okay? Nein Hier, tote mich Doch, tote mich Los, fang mich Nein Ich will, dass du mich fängst Töte mich Hör mir zu, Kleiner Okay, ja Black life Mather Du bist aber hier komplett weiß Also jetzt fang mich Aber du nicht Aber du nicht Okay, nächste Runde Bist du dein Nachbar dieses Mal? Das weiß ich nicht Also ich bin so echt nicht Jetzt ohne Scheiß Aber wie soll ich dir das sagen, bitte? Äh, weil Das weiß ich nicht Ähm, du sollst mir hier gar nichts sagen Ich sag, ich bin echt nicht dein Nachbar Die Vertrauensbasis ist echt auf Cero Auf Cero? Und es ist echt niedrig Zuerst ist sie offen auf jeden Fall Wer hat die geöffnet? So, ich hab die geöffnet So hättest du mein Vertrauen gewinnen können Oh, habst du nicht gesehen, wie ich die geöffnet habe? Nein, ich hab den Scheiß gesehen Aber ich hab hier Gegenstände, sodass ich quasi die benutzen kann, wenn der Nachbar kommt Also, äh, hier ist noch ein Schlüssel Perfekt Ja, dann lass mich sehen, wie du die Tür öffnest Okay, warte, ich hab einen roten Schlüssel hier, guck mal Oh mein Gott, warte, ich rette dich Ich rette dich Okay, ich hab Wieso rettest du mich? Hä? Dich? Jemand ist bei mir Dich? Bam Okay, wer? Dieser Schneckenzimt ist bei mir Wer? 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 Oh mein Gott, ich hab geworfen Oh Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Oh mein Gott Oh mein Gott, was geschieht hier? Ich kann nicht aufstehen Helb dem Nachbar, helb dem Ich, ich versuch's ja Hab ihn, hab ihn, hab ihn Ich, was, du hast ihn? Ich, wüsste grad gar nichts Nee, ich hab ihn getroffen Ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht aufstehen Ich kann nicht tun Ich kann nicht aufstehen, ich weiß nicht wie, ich bin auf dem Boden Alter Ich bin auf dem Boden Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, was auf ihn geworfen Oh mein Gott Nice Der macht mir Angst, der hat mir stöhnt, er hat mir stöhnt zu sich geworfen Attackier ihn, attackier ihn Bist du, bist du der, der Nachbar? Ah, nein Ich, ich, ich kann Er hat die ganze Zeit erwischt Ich kann die ganze Zeit nicht aufstehen Ich bin gleich tot Okay Ich bin gleich tot Alter, dieser dumme Kleber auf dem Boden, ne? Alter, guck dir mal den Raum an Dieser, dieser Raum ist so bekackt Ich, ich weiß nicht, was ich tue Hä? Ja, jetzt hast du erwischt Wieso lag ich einfach auf dem Boden und ich kann mich nicht bewegen? Alter, der hat uns gerade alle in einem Raum gefangen Ich check das gar nicht Okay, ich bin schon wieder der, ein Kind Du musst ehrlich zu mir sein Ich bin schon wieder ein Kind, wirklich Ich find's nicht cool, wenn du mich anlügst Jetzt ohne Scheiß, ich sag dir die Wahrheit Ich bin wirklich ein Kind diesmal Komm her, komm her, komm her Ich hab einen blauen Schlüssel Ich hab zwei blaue Schlüssel Komm her zu mir Ich werd dir die Tür öffnen Komm her zu mir Warte, ich, ich hab zwei blaue Schlüssel Oh, warte Ja, ich bin, ich bin gerade im Türsaal Okay, komm, komm her Komm her, komm her, ja Ich komme Öffne Hier, warte Öffne Guck Ja, ich öffne Und ich hab noch einen blauen Schlüssel, aber da ist kein blaues Dingsher mehr Den brauchen wir nicht Sehr schön Okay, ich vertraue dir Warte mal, ich hab einen Knopf gedrückt Oh Hä? Was? Wo bist du? Knopf gedrückt und irgendwie seid ihr jetzt alle so gelb Okay, hier, der Knopf, hier, da ist ein Knopf, siehst du das? Den hab ich schon gedrückt Wie? Ah, warte mal Ich weiß nicht, was er tut Merkwürdig Nö, ich auch nicht Lass mal nicht in diesen Raum gehen, ey Weil dieser Raum ist echt nervig, also Viel zu gefährlich Oh, jetzt, ihr seid alle gelb Das ist wie ein Wallhack, ich konnte euch sehen Jaja, voll merkwürdig, ne? Komm, Danny, bleib bei mir Jetzt sind wir ehrlich, bist du der Nachbar? Nein, ich hab doch gerade die andere Oh, ich hab einen orange Schlüssel hier Ich hab einen orange Schlüssel hier Den hebe ich mal auf Okay Orange Ah Oh mein Gott, Hilfe Siley, bitte Bitte, bitte Bitte Danke Danke Er Wirf einfach Sachen auf ihn Wirf einfach ganz viele Sachen auf ihn Ja, aber ich hab jetzt erstmal die orange Tür geöffnet Okay, sehr gut Er hat mich eröffnet Ich hab ihn, ich hab dir keine Sorge, Siley Ich, 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 okay Er hat mich Er hat mich Er hat mich Okay, warte, 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 warte Er hat mich, er hat mich Oh mein Gott Okay, sehr gut Wir haben ihn Weiter so Okay Okay Wirf einfach alles auf ihn Wirf einfach alles auf ihn Wirf einfach alles auf ihn Ich versuch's Ah, er hat mich Okay, er hat mich Alles gut Ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn Bam Okay, werf einfach auf ihn Wirf einfach auf ihn Okay, sehr gut Okay, sehr gut Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Er hat mich, aber ist gut Ist okay Tyrone 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 Okay, ich hab ihn Okay Tyrone ist es Kann Nein, ey, achso Nee, er ist Stimmt, Tyrone ist es echt Oh Gott, er ist es schon Okay, wir haben's geschafft Okay, wir brauchen noch drei Schlüssel Ah, er ist jetzt hier Hier ist ein Spawnout Ach du Scheiße Ach du Scheiße Da ist ein Spawnout Wo bist du? Okay, ich bin hier gerade Ich heb schon mal ein paar Sachen auf Warte, seid ihr alle drei hier? Seid ihr alle drei hier? Nein Bleib hier, bleib bei uns bitte Ich hab einen Hammer gefunden Okay, sehr schön Aber bleib bei uns Bleib bei uns Okay, okay Wo seid ihr? Ich bin hier bei dem Raum Wo ich gerade war Mach die Tür zu Ah, hier ist ein gelber Schlüssel Okay, sehr schön Brauchen wir auch einen gelben? Ja, ja, gelben brauchen wir noch Blau brauchen wir ja nicht mehr Genau, pass auf Sag mal Bescheid, wenn er dich fängt Ey, warte, der eine ist abgehauen Was? Wie abgehauen? Warte, da ist er Okay, komm mal her, komm mal her Ist der Nachbar immer noch da? Ja, wahrscheinlich Oh, okay, er ist hier Oh, der heißt Stiley Das bin ich nicht Ich weiß Hä, wieso heißt er Stiley? Ich weiß es nicht Hä? Ich weiß, dass du nicht bist Er hat mich auf den Boden geworfen Was, bist du das? Okay, ich helfe dir Ich bin der auf dem Boden Ich helfe dir Oh mein Gott Er heißt Stiley Er heißt Stiley Er heißt echt Stiley Wieso? Äh, ich hab keine Ahnung Wirf das mal auf ihn Ich lieg auf dem Boden Achso Ich kann Jetzt kann ich mich wieder bewegen Okay, sehr schön Wer bist du? Ich weiß nicht, wer du bist Ich bin der hier an der Ecke Der jetzt auf der Tür raus Okay Oh mein Gott, was geschieht hier? Ich kann den TV nicht werfen Au, er wirft die ganze Sachen auf mich Ich hab mal Nee, ich kann die Bilder nicht aufheben Oh mein Gott Ich wurde Ich lieg auf dem Boden Ich lieg auf dem Boden Ist das dämlich Was geht denn mit dem? Der daunt uns gerade alle Alter, wir haben Noch zwei Schlüsse Da haben wir es Oh nein Er hat uns alle Er hat uns echt blamiert Er hat uns echt blamiert Ist das ein Scherz Zwei Schlüssel haben uns noch gefehlt Oh mein Gott Aber es hat irgendwie klug gemacht, ne? Wie kann er sich aber in mich verwandeln? Hä, wie hat er sich hier nicht verwandelt? Ah! Okay Also diesmal hat es nicht geklappt Aber ich fand die Map auch ziemlich schwer Weil irgendwie war das hier nicht so groß Und ich wusste, dass sie sind Die war extrem klein Ja, die war mega klein Aber es war die Hello Neighbor 1 Map Also Ja, wir nehmen noch eine Folge Versteil dir auf Abonnieren und Kosten Lass dann doch oben Für mehr davon Falls du abonniert hast Vergiss dich die Glocke zu aktivieren Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Bye! Bye!